cute baby mille der kanal für kinder hallo ihr lieben heute mit einem kleinen special und der gewinnmöglichkeit für zwei kinogutscheine für den film schon das schaf der dürfte ja immer noch in den kinos laufen läuft seit 19.3 bis circa mitte mai genaueres am ende des videos und wenn ihr gewinnen wollt dann müsst ihr am ende des videos schreiben wie viel verschiedene figuren ich aus diesen sieben päckchen bekommen habe also noch mal ihr müsst zuschauen und euch notieren oder marken wie viel verschiedene figuren ich aus diesen sieben päckchen bekommen habe das gewinnspiel läuft recht kurz nur übers wochenende jetzt ihr nehmt eben teil wenn ihr kommentiert und unten eine zahl hinschreibt beziehungsweise ein kurzes setzchen es waren so und so viel verschiedene figuren und die mit der richtigen lösung nehmen dann am gewinnspiel teil für unsere zwei kinogutscheine die sende ich dann nach gewinnspiel verkündung am montag nachmittag gebe ich den gewinner bekannt also heute ist der zehnte am 13 montag gebe ich den gewinner bekannt und dann endet das gewinnspiel so und jetzt zeige ich euch mal was da aus dem päckchen auskommt ich habe selber noch keines geöffnet bin auch sehr gespannt wie die figuren ausschauen ein aufsteller uja witzig schauen echt toll aus die figur oder also ich finde sie richtig putzig von der qualität her auch toll also nicht ganz so billiges kunststoff wie oft in den überraschungs euren fühlt sich an wie der gleiche hat zumindest mal ziemlich richtigen bauch hier fast der gleiche von der körperhaltung her aber ihr seht scheint ein mädchen zu seien ich bin gespannt was als nächstes rauskommt schaut ihn euch genau an der grübelt ein bisschen nach hier so kommt diese vierten figur der will nicht so richtig stehen ich hätte eigentlich hätte mich schon gefreut wenn ich schauen bekommen würde der ist glaube ich etwas dünner etwas schmäler stattdessen habe ich hier fünf schafe die fast alle gleich aussehen nochmal so ein dickerchen hier glaube ich in der verpackung der kommt mir irgendwie bekannt vor schüssel und juhu ja willi schäu'n das schaue'n das schau'n zeige ich nochmal genau so jetzt haben sich unsere sieben hübschen hier um die kinogutscheine gescharrt wie erwähnt ihr müsst jetzt nur unten kommentieren wie viel verschiedene figuren ich hier aus den sieben päckchen bekommen habe und dann habt ihr die chance auf die kinogutscheine ich wünsche allen wie immer viel glück und man hört und liest sich am montag den 13 da werde ich dann den gewinner bekannt geben bis dahin ein schönes wochenende tschüss